Musik In mehr als einer Hinsicht ein literarischer Hochgenuss. In rotem Leinen gebunden mit einem azurblauen Lesebändchen beglückt uns Urs Widmer mit einer familiären Spurensuche der besonderen Art. Mit seinem Mutter-und-Vater-Buch erzählt er uns gleich zwei Seiten einer Medaille, die Geschichte seiner Eltern. Und auf diesem sinnlichen Minenfeld schreibt er sich tastend voran. Das ist ein Buch über Kunst, Musik, Leidenschaft, Passion, über die wirren Zeiten des vergangenen 20. Jahrhunderts und vor allem immer wieder über die Suche nach dem ganz, ganz großen Glück. Entdecken Sie es neu oder entdecken Sie es wieder. Auf jeden Fall lesen.